Es gibt Leute, die glauben, weil wir, Sündenfall und so weiter, und so schlimm waren im Paradies, deswegen hat Gott uns die Arbeit auferlegt. Das ist ein massives Missverständnis. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Ich weiß nichts über dein Leben, aber eines weiß ich, ich weiß, was du ungefähr 70.000 Stunden in deinem Leben machst, nämlich arbeiten, hacken, schöpfen, rödeln, wie auch immer du das nennen wirst. 70.000 Stunden ungefähr in unserem Leben verbringen wir in unserer Hacke, in unserer Arbeit, deswegen lohnt es sich extrem, dort mal einen Blick drauf zu werfen. Herzlich willkommen beim Sunday Morning, herzlich willkommen Radio, Fernsehen, überall, wo du mit dabei bist. Herzlich willkommen hier herinnen. Wir verbringen echt Schweinefehlzeit an unserem Arbeitsplatz. Und deswegen wollen wir heute, am zweiten Teil unserer Serie Fruitful Life, uns ein bisschen genauer das anschauen. Denn der Arbeitsplatz ist ein Ort von Spannungen, das ist ein Ort von Kampf, das ist ein Ort von Frustration, das ist ein Ort von Durchbruch, das ist ein Ort von Freude, das ist ein Ort von Mega-Segen, es ist alles gleichzeitig. Also, Deep Impact und wir steigen gleich rein und verschwenden gar keine Zeit. Denn es soll ja nicht so sein, dass wir sagen, wir müssen irgendwie durch diese fünf Tage durch und dann hoch die Hände, Wochenende und ab geht's an den Rudolfskeh. Okay, wir saufen uns nieder, damit wir wieder fix sind für die nächste Woche. Warum lachst du? Ich habe gedacht, du hast mich gesehen am Wochenende. Okay, Glück gehabt, Glück gehabt. Sondern wir wollen schauen, wie wir Fruitful arbeiten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, von der, also Arbeit ja, es gibt jede Menge unterschiedliche Arten von Arbeit. Es gibt vielleicht, kennst du das alles, es gibt die Erwerbsarbeit, es gibt die Haushaltsarbeit, es gibt Gartenarbeit, es gibt Ehrenamtsarbeit, es gibt, ich weiß nicht was alles an Arbeit. Und wir wollen uns genauer anschauen, was damit alles gemeint sein kann. Und das Ganze gibt es natürlich in verschiedenen Phasen. Du wachst als Kind auf. Übrigens, als Kind, weißt du, was deine Arbeit als Kind ist? Wie die Arbeit, wie Kinderarbeit heißt? Spielen. Spielen. Die Arbeit als Kind ist Spielen. Also Spielen ist echt wichtig. Spielen ist wirklich wichtig. Und dann kommst du in die Ausbildung rein, dann kommst du in die Erwerbsarbeit rein, dann kommt ein extrem wichtiger Zeitabschnitt in deinem Leben, das nennt man dann Rente oder Pension. Da lauern wahnsinnig viele Gefahren rein, wo du in Fallen reingläschen kannst und dein Leben am Ende noch wegschmeißt. Mach das nicht und dann schlussendlich Deckel zu, zwei Meter runter und ab in den Himmel. So ist unser Leben. 70.000 Stunden später. Also, vielleicht hast du schon mal gehört von den fünf Zuständen von Arbeit. Hast du davon schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Ich auch noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich haue mich mal tief in die Bibel rein und finde mal raus, was Gott so denkt über die Arbeit und gibt es eventuell unterschiedliche Zustände von Arbeit. Und hier kommt der Big Surprise, Spoiler, Spoiler, die gibt es. Und wir beginnen mit dem Zustand Nummer eins. Und den nenne ich, ich habe es sogar vorbereitet, den nenne ich, hier ist er schon, im Paradies. Dort hat nämlich alles angefangen. Und hier geht es gleich los mit Missverständnissen. Warum? Weil es gibt Leute, die glauben, weil wir Sündenfall und so weiter und so schlimm waren im Paradies. Deswegen hat Gott uns die Arbeit auferlegt. Das ist ein massives Missverständnis. Massives Missverständnis. Denn von Anfang an, wie wir geschaffen worden sind, ist immer Arbeit, Tätigkeit, schaffende Tätigkeit ein wesentlicher Faktor gewesen. Wie könnte es denn auch anders sein, wenn wir Abbild Gottes sind, als Mann und Frau hat uns geschaffen und Gott ist der Arbeiter schlechthin. Schau mal, die ganze Erde erschaffen. Jesus sagt mal irgendwo an einer Stelle, sagt er, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Der Vater tut immer. Der sitzt nicht mit seinem großen weißen Bart am Stuhl und überlegt sich, wo ein cooler Barbershop ist, wo er seinen Bart trimmen kann. Nein, sondern der tut immer. Der ist immer am Tun. Und dieses immer am Tun ist tief in uns hineingelegt. Wir auch immer tun sollten. Aber weil Tun bei uns manchmal komisch, deswegen sind wir da am Burnout und komisch und wollen nicht mehr tun und wollen nur mal nach Malle zum Schinkenbaron und überall hin und dort auf den Butz hauen und so weiter. No, 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 no. Arbeit war von Beginn an da. Ah, und das Ganze kannst du lesen in 2 Genesis 15, da geht es schon los, gell? Gott, der Herr, nahm den Menschen, gab ihm seinen Wohnsitz, seinen steuerlichen Wohnsitz im Paradies. Und, was hat er mitgegeben für einen Auftrag? Er soll arbeiten. Und was soll er arbeiten? Er soll das Paradies bearbeiten und hüten. Bearbeiten und hüten. Das heißt, selbst, wenn die blöde Schlange nicht gewesen wäre, wenn Eva nicht so bescheuert gewesen wäre und Adam auch nicht, gell? Wir würden arbeiten. Wir würden etwas tun. Wir würden das Paradies, wir würden es bearbeiten und wir würden es hüten. Aber ihr wisst ja, der Sündenfall ist gekommen, gell? Und dann ist eigentlich so dieser große Swift gekommen mit der Arbeit und das, was uns so nervt bis zum heutigen Tag. Erst dann ist es gekommen. Und da müssen wir wieder ein bisschen raus, so weit es halt irgendwie geht auf der Erde. Weil ihr wisst ja, was dann passiert ist. Die Schlange und so weiter und verführt und Apfeln und Essen und nicht und hin und her. Und dann geht es los, ja, zur Frau sprach er. Viel Mühsal bereite ich dir, der Frau. Und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen. Er wird über dich herrschen. Klingt blöd, ist aber so. Zum Menschenspracher, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und vom Baum gegessen hast, von dem ich geboten habe, nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Und so, wenn wir die Erde bearbeiten, musst du wissen, dein Arbeitsplatz, dein Grundding ist verflucht. Da ist ein Fluch drauf. Da sagt er, das ist jetzt nicht mehr so, wie es früher war. Wie ist es früher? Lot of Arbeit, lot of fun. Heute, lot of Arbeit, wenig fun. Das ist der große Unterschied. Ist der Erdboden deinetwegen verflucht? Ziemlich blöd. Und jetzt geht es los, Männer. Unter Mühsal wirst du von dem Essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen. Und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Und jetzt, im Schweißes deines Angesichts, erinnerst du dich dran? Erinnere dich das an deinen Job? Also es kann körperlich Schweiß sein, innerlich Schweiß sein, Stressschweiß sein, ausgebrannt Schweiß und so weiter sein. Im Schweißes Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Zwei Meter unten, Deckel zu. Denn von ihm bist du gekommen, Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. So läuft das mit der Arbeit. Arbeit ist total gut. Arbeit ist total großartig. Gott liebt Arbeit, weil er Arbeiter ist. Aber leider sind wir aus dem Paradies raus. Sind jetzt da auf der Erde. Once a day. Da kommen wir dann wieder zurück. Und bis dahin müssen wir uns ein bisschen plagen. Und dieses Plagen, schauen wir uns das genauer an, in den Zuständen der Arbeit, wie das so läuft. Warum? Weil Gott ja nicht das größte Interesse hat, dass du dich total verausgabst und total kaputt machst und dich total wo reinsteigerst und total alles gibst irgendwo hin. Sondern trotzdem gibt es noch hier eine Ordnung. Aber die Arbeit wird nie ganz einfach gehen. Sie wird immer einen Preis haben. Warum? Sonst bräuchten wir das Paradies nicht. Sonst bräuchten wir Erlösung nicht. Sonst hätten wir eh schon alles, was da ist. Ist aber nicht so. Okay. So. Erster Zustand von Arbeit. The Paradise. Jetzt geht's los. Zweiter Zustand der Arbeit. Und das hat jetzt mehr mit dir zu tun, als du vielleicht glaubst. Das ist die Fronarbeit. Und wenn du in der Bibel liest, dann stolperst du, ich weiß nicht wie oft über diesen Begriff von Fronarbeit drüber. Was ist Fronarbeit? Fronarbeit? Susanne fragt dich schon. Frag links, frag rechts. Was ist Fronarbeit? She said, keine Ahnung was Fronarbeit ist. Uschi sagt, das ist das, was ich jeden Tag machen muss. Nein, stimmt nicht. Fronarbeit. Fronarbeit. Fronarbeit heißt, da gibt es jemanden. Da gibt es jemanden, eine Autorität oder ein anderes Volk oder einen König oder eine Institution oder einen bescheuerten Firmenchef. Und der packt dich und der sagt, hey, du musst jetzt für mich arbeiten. Das ist noch nicht Sklaverei, das ist eine Stufe drüber, aber da fehlt dann nicht mehr viel davon. Du musst hart arbeiten. Ich nehme dir von dem Ertrag, von dem, was du arbeitest, dann nehme ich dir so gut wie alles weg und ich lasse dir nur das über, was du zum Leben brauchst. Und wenn du reinschaust in die Geschichte des Volkes Israels, das ist die ganze Zeit, kommt das Volk immer wieder in Fronarbeit. Immer wieder. Warum? Gott gibt die Erklärung dann dazu, weil das Volk abfällt von Gott. Weil es andere Götter anbetet, weil es die Baalpriester anbetet, weil sie Gott untreu werden, weil sie Kulthöhen errichten, weil sie all den Quatsch machen, den wir ja auch machen. Und deswegen packt Gott sie immer wieder und lässt zu, dass ein anderes Volk, die Assyrer, die Babyloner oder wer auch immer kommt und sie in Fronarbeit bringt. Und was müssen sie da machen? Paläste bauen, Tempel bauen, Straßen bauen, alles Mögliche bauen, Felder bestellen, Viehhüten und so weiter. Und du denkst dir, was hat das mit dir zu tun? Eine ganze Menge. Heute sind mehr Leute in Fronarbeit, als du glaubst und du brauchst gar nicht nach Afrika denken, sondern mitten unter uns. Was ist Fronarbeit? Du arbeitest hart und viel und es bleibt dir genauso viel über, wie du zum Leben brauchst. Und vielleicht kennst du das aus dem eigenen Leben. Wenn du so viel verdienst, dass du dir in Salzburg gerade mal die Wohnung leisten kannst und dass du gerade über die Runden kommst und dass dir kein Cent überbleibt, wo du sagst, ich würde auch gerne mal in ein Restaurant essen gehen, ich würde auch gerne mal ins Kino gehen, ich würde, ich träume davon, once a day eine Wohnung zu haben, aber no way, no way, weißt du, wo wir da sind? Da sind wir nicht weit weg von biblischer Fronarbeit. Das ist Realität mitten unter uns. Und da gibt es noch andere Dimensionen. Da gibt es die Bullshit-Jobs. Weißt du, was ein Bullshit-Job ist? Das ist ein Fachbegriff übrigens, by the way. Für die Kinder, nur für sich wer aufregt und so. Ein Fachbegriff, ne? Bullshit-Job heißt, du bist irgendwo, verdienst vielleicht gar nicht wenig Geld, du bist irgendwo beschäftigt bei irgendeiner Firma und kommst irgendwann mal drauf nach Jahren, dass das, was du tust, völlig umsonst ist. Es ist total egal. Du kommst drauf und stellst dir die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mehr mache, was ich mache? Und kommst drauf, jetzt passiert gar nichts. Oder du machst Jobs, die einfach schlecht sind. Und irgendwann merkst du, hey, das, was ich tue, ist schlecht. Das ist schlecht für die Gesellschaft, das ist schlecht für andere Leute, was ich mache. Und dann kommt in einer Psychodynamik, kommt es da zu gewissen Effekten drinnen und es kann zu einem Bore-Out führen, das fühlt sich so ähnlich an wie ein Burn-Out und es kommt dazu, dass du dich immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter fühlst. Es gibt gar nicht wenig Menschen, die völlig frustriert und völlig k.o. und völlig kaputt aussteigen aus gut bezahlten Jobs, weil sie einfach die massive Sinnlosigkeit von ihrem Job spüren. Und weißt du, was es ist? Das ist auch eine Art Frohenarbeit. Das ist keine gute Arbeit. Das ist eine Arbeit, die von Gott so nicht gewollt ist. Oder du bist Zusteller, Paketzusteller, vielleicht weißt du das. Das sind alles Einzelunternehmer, die rackern sich ab, die fahren herum und wenn du sagst, bitte, du kannst doch nicht meinen neuen Amazon-Fernseher bei der Tür reinschmeißen, das kann er, weil er gar keine andere Zeit hat. Sondern wenn der nicht rennt und wenn der nicht tut, dann hat er keine Kohle. Und wenn der einmal krank ist, dann weiß er nicht, was er tun soll. Das ist Frohenarbeit. Das ist Frohenarbeit mitten unter uns drinnen. Und that's not good. Dritter Zustand von Arbeit nach biblischen Kriterien. Und das ist Erwerbsarbeit. Weißt du, was Erwerbsarbeit ist? Erwerbsarbeit ist, ich mache einen Job. Es ist vielleicht nicht das Tollste, was ich mache. Es erfüllt mich nicht bis zum Letzten. Aber ich verdiene damit so viel, dass mir etwas überbleibt, mit dem ich ein übergeordnetes Ziel erreichen kann. Alles klar? Also, das ist schon deutlich über Frohenarbeit drüber. Und das ist übrigens, was die meisten Menschen machen. Ich arbeite irgendwo in einem Job. Zum Beispiel, ich bin Buddhistin, habe ein schlechtes Karma, bin wiedergeboren als Flötenlehrerin bei Moritz. Das ist das ziemlich Schlimmste, was dir passieren kann. Da wünschst du dir, dass du als Regenwurm wiedergeboren bist. Aber nein, du bist Flötenlehrerin. Den ganzen Tag geht es... Und am Abend bist du fertig. Also, stell dir vor, du bist so eine Flötenlehrerin. Oh, der Herr möchte mir verzeihen. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails. Geigenlehrerin ist auch nicht viel besser für Kinder. So, stell dir vor, du bist jetzt eine Flötenlehrerin. Und du sagst, in der Früh fangst du an zu zittern. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, oh mein Gott, wie viele Kinder habe ich heute? Wie viele Kinder habe ich heute? Aber du machst den Job, weil du, wie du jung warst, die Flöte geliebt hast. Und Flöte studiert hast. Und es war so schön, Flöte studieren. Und du hast geträumt von einer Konzertkarriere. Aber leider bist du in der Grundschule Flötenlehrerin geworden. So, und jetzt sagst du, okay, okay. Aber im Monat bleiben mir 200, 300, 400. Wenn ich alles sammeln, zweck 500 Euro übrig. Und mit dem Geld, das mir übrig bleibt, beginne ich, Pläne in meinem Leben umzusetzen. Große und Kleine. Damit sage ich, das lege ich zusammen und fahre nach Jesolo Pizza essen. Oder damit kaufe ich mir einen Schrebergarten. Oder damit spare ich an, weil ich habe ein Erbe noch von meinen Eltern irgendwo dazu. Und damit zahle ich eine Wohnung ab und so weiter. Und das sind die meisten von uns, sind immer wieder drinnen. Mit und ohne Flöte. Und in allen Varianten und in allen Abstufungen. Und in allen, man steht da im Stream, red nicht zu einem Blödsinn. Okay. Da war sicher eine Flötenlehrerin gewesen. Weißt du, das sind die meisten Leute, sind da drinnen. Wir arbeiten irgendetwas, wir stehen jeden Tag in der Früh auf. Und der Beruf macht uns eh Freude. Manchmal mehr, manchmal weniger Freude. Und wir müssen uns motivieren. Und dann geht es wieder super. Und dann haben wir nette Kollegen. Und es passt dir alles. Es passt dir alles gut. Aber es gelingt dir damit, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren und Träume zu finanzieren. Und du hast ein übergeordnetes Ziel. Und wenn du in die Bibel schaust, die Bibel ist voll von solchen Jobs. Total voll von meinen Jobs. Ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele. Der zukünftige Prophet Elisha, vielleicht kennst du die Stelle. Wir kommen später noch kurz drauf. Der pflügt mit einem gewaltigen Ochsengespann, pflügt er sein Feld. Und ich weiß nicht, ob ihm das Pflügen so wahnsinnig Freude macht. Aber er pflügt das. Warum? Weil ein übergeordnetes Ziel hat es. Das übergeordnete Ziel ist, er kriegt eine fette Ernte. Mit der Ernte kann er sich, seine Familie ernähren. Und vielleicht kann er sogar etwas verkaufen davon. Und sich andere Dinge noch leisten davon. Oder Judith, die große Figur von Judith, die den Kopf des Holofernes abschlägt an einer Stelle. Weißt du, wie ihr Mann gestorben ist? Judith war eine reiche Frau. Also gehe ich davon aus, eine reiche Witwe. Gehe ich davon aus, dass ihr Mann auch reich war. Weißt du, was er gemacht hat? Er ist gestorben bei der Feldarbeit an einem Sonnenstich. Er war ein reicher Mann. Er war am Feld. Sonnenstich. Maustod. Judith, Witwe, Holofernes. Kopf ab. So die Kurzform. Also, the point is, auch der reiche Mann geht aufs Feld und arbeitet. Und ich weiß nicht, ob ihm das so gut taucht, dass er dort am Feld arbeitet bei der Sonne. Aber er hat ein übergeordnetes Ziel, das er erreichen möchte. Oder, nimm an, wer nimmst du an? Nimm an, David. König David, wie er noch ein kleiner Bursche war. Hat er, hat die Schafe gehütet und hat den Bären mit seiner Steinschleuder immer auf die Rübe gehaut. Oder du kannst die ganzen Jünger nehmen. Zöllner, Fischer, alles mögliche, was sie sind. Also wir sind in Top-Gesellschaft. Wir sind in Top-Gesellschaft. In diesem Zustand von Arbeit. Wir arbeiten, wir arbeiten etwas. Das macht uns manchmal total viel Freude, manchmal Mittelfreude, manchmal keine Freude. Und da kriegen wir was dafür. Und mit dem, was wir kriegen, erfüllen wir uns unsere Träume. So, und jetzt gibt es den vierten Punkt. Und der heißt Berufung. Wenn dein Job zur Berufung wird, das ist cool. Das ist cool. Wenn deine Leidenschaft, wenn das Innerste, was du gerne möchtest, wenn du sagst, boah, nicht nur das, was ich gerne mache, sondern auch das Umfeld passt toll. Und nicht nur das Umfeld passt toll, auch der Chef passt toll. Und nicht nur das, sondern auch die Projekte, die ich tue. Alles ist eigentlich toll. Natürlich gibt es ein paar Dinge nicht toll, sondern was sonst ist alles so. Und ich bin total angekommen und sage, yeah, ich bin in meine Berufung hineingekommen. Das ist eigentlich was Wunderwunderschönes. Deine Talente werden zu Fähigkeiten und zu Fertigkeiten. Das, dieser Zustand, dass dein Job in eine Berufung hineingeht, ist der Idealfall hier auf der Erde. Jetzt erzähle ich dir eine kurze, tolle Geschichte. Wir gehen wieder zurück zu Elisha. Der Elisha pflügt und schwitzt mit seinen Riesenochsen am Feld. Er ist in seiner Erwerbsarbeit. Dann kommt der Prophet Elia vorbei. Und vielleicht kennst du diese Geschichte. Und Elia kommt, nimmt, das macht er immer so, der wirft so gerne einen Mantel, Elia der Mantelwerfer, nimmt seinen Mantel, wirft ihn über Elisha drüber und beruft ihn so zum Propheten. Und was macht Elisha? Zwei Kühe, Maustot, geschlachtet. Das Joch, mit dem Joch macht er ein Feuer. Die zwei Kühe bratet er. Er bringt ein Opfer da und er folgt Elia nach. Er geht von der Erwerbstätigkeit hinein in die Berufung. Und wäre es nicht schön, wenn es immer mehr Menschen von uns auch gelingt, von ihrer Erwerbstätigkeit in die Berufung reinzukommen. Wäre es nicht cool, wenn es gelingt, von der Frohnarbeit in die Erwerbsarbeit und von der Erwerbsarbeit in die Berufung reinzukommen. Das wäre doch cool. Das wäre doch echt, 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 echt cool. By the way, die Berufung der Jünger ist genau diese Story. Sie fischen, dann kommt Jesus und sagt, komm, Berufung, folge mir nach. Von der Erwerbstätigkeit als Fischer kommst du hinein in die Berufung. Kostet was? In die Berufung kommen, kostet was? Elisha, nichts mehr Pflug, nichts mehr Joch, nichts mehr Rinder, weil Maus tot, die Apostel, Fischerboot zurück, Familie zurück, der Zöllner, mega super, molto komfortabler Job. Es kostet was, aber du kommst in die Berufung hinein. So, und das Letzte, die Vollendung, the paradise reloaded. Da kommen wir dann wieder zurück. Und weißt du, wie es dort sein wird? So wie am Anfang. Wirst du im Himmel was arbeiten? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich wunderschöne, total tolle Dinge, die genau auf das passen, was schon ganz tief in deinem Herzen drinnen ist. Und bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und lass uns vorbereiten, diese Schritte dorthin zu gehen. Drei scharfe Ansagen. Drei scharfe Ansagen an mich selber. Und alle, die es hören wollen, sollen es hören. Alle anderen, denen es zu scharf ist, die sollen es vergessen. Erste scharfe Ansage. Mega chillen ist einfach nur Faulheit. Mega chillen ist nur Faulheit. Und kommt in der Bibel ganz schlecht weg. Lies die Bibel mal, lies die Sprichwörter, lies davon, wie der Mensch die Ameise anschauen soll und von ihr was lernen soll. Also, wenn du sagst, mein Leben besteht aus chillen, blöd. Zweite, Dinge nicht zu vollenden, kommt ganz schlecht weg, biblisch. Du erinnerst dich zum Beispiel, wenn einer einen Turm baut und so weiter, dann soll er sich vorher ausrechnen, wie er weiterkommt. Oder in Sprüche, 18, 9. Wer lässig, also nachlässig, wer nachlässig ist bei seiner Arbeit, ist schon ein Bruder dessen, der zerstört. Also, no more mega chillen, mach Dinge fertig. Und das dritte ist, Dinge zusagen und dann wieder absagen. Kommt auch nicht gut weg. Erinnere dich an das Gleichnis, da zwei Söhne, das ist ein Mann, sagt zu den zwei Söhnen, komm, geh mit mir am Acker. Der eine sagt, logisch, ich komme, sieben Uhr dreißig, ich bin der erste Bro. Und was macht er? Nix macht er. Der zweite sagt, sicher nicht. Und dann reut es ihn und er kommt. Und vielleicht sind diese drei Punkte so etwas genau für unsere Zeit hinein, gell. Leute, mit mega chillen, kommen wir nicht weit. Dinge nicht zu vollenden, nix gut. Und zusagen und absagen, auch nicht gut. Und die Schrift lobt den Mann, der sich überlegt, was er tut. Der tut, macht und plant. Zum Abschluss. Fünf Tipps auf die Schnelle. Wo du sagst, es klingt alles super, klingt alles gut. Ich bin der volle Frohnarbeiter oder ich bin der gescheiterte Berufungstyp oder ich bin was weiß ich, was alles, gell. Was kann ich tun? Punkt eins. Check deine Situation. Check das, wie du arbeitest. Check das mit diesen biblischen Kriterien gleich. Und wo immer du bist, mach mal eine ganz nüchterne Feststellung. Sag, okay, okay, wow. Ich bin echt in der Frohnarbeit. Ich bin da hineingelangt. Und ich brauche Hilfe, dass ich da hinauskomme. Und ich will das ändern. Und ich lege meinen Plan zurecht, wie ich das machen möchte. Oder du sagst, ich bin mitten in meiner Erwerbsarbeit drinnen. Aber eigentlich bin ich auf dem Weg in meiner Berufung. Check das. Ganz nüchtern. Auch, was es dich kostet. Weißt du, ich habe einen Freund, der arbeitet, war jahrelang in der Gastronomie, unglücklich, war jahrelang in der Automobilbranche, auch unglücklich. Und jetzt ist er, jetzt ist er in einem Studentenheim und betreut junge Erwachsene beim Größerwerden. Und weißt du, was er ist? Glücklich. Der hat den Schritt gemacht. Hat er das gelernt? Er hat gesagt, nein. Er wird nicht aufgegeben. Und er hat gesagt, okay, nur weil das jetzt mein Ding ist und ich das gelernt habe, ich kann mehr. Ich habe mehr Talente. Ich kann mehr. Ich kann über das raustreten, was ich bin. Und du weißt ja, die Zeiten sind vorbei, dass du einen Beruf lernst und den machst du dein ganzes Leben. Sondern wir leben heute von immer mehr Zusatzausbildung, immer mehr Dingen. Schau, dass du rauskommst aus deinem Ding, wo du drinnen steckst. Zweite, investiere deine Zeit. Wenn du Teilzeit arbeitest, wenn du sagst, ja, ich bin so einer, 15 Stunden Arbeit reicht mir schon am Tag. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Investiere deine Zeit und deine Talente gut. Weißt du eigentlich, wie Gott von der Ferne her gedacht hat, dass er arbeitet und was Gott hält von der 38-Stunden-Woche? Relief wenig. Im dritten Gebot, gell, spricht Gott das aus den Sabbat-Ehren. Aber weißt du, was er sagt? Er sagt eigentlich was Zweites, genau genommen. Er sagt, an sechs Tagen sollst du arbeiten und am siebten sollst du ruhen. Das sagt Gott eigentlich, gell. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht sechs Tage arbeiten müssen, um uns zu ernähren. Aber Arbeit ist mehr, das ist Tätigkeit, das ist irgendetwas tun. Und wenn du einen 15-Stunden-Stop hast, einen 20-Stunden-Job hast, überlege dir, wo kannst du deine Zeit hinein investieren? Welches Ehrenamt? Wo kannst du beginnen, die Welt besser zu machen? Wo kannst du wirklich sinnstiftende Aufgaben übernehmen, die jetzt nicht im bezahlten Erwerb drinnen sind? Sondern du hast ein Riesen-Talent anvertraut bekommen und es ist Zeit. Der dritte, und wenn du jetzt sagst, ich will einen Change machen, ich will meinen Beruf verändern oder ich will Sinnvolles, sinnstiftendes über meine bezahlte Tätigkeit hinaus machen, dann hol dir einen Buddy, hol dir einen Freund, hol dir irgendwen und berate dich. Weißt du, wir machen oft so viele Dinge aus der Hüfte raus und aus der Emotion raus, aus irgendwelchen Überlegungen raus. Hol dir irgendjemanden, mit dem du sprichst und sagst, hey, was haltest du davon? Ich glaube, ich möchte meinen Beruf wechseln. Ich glaube, ich möchte was Neues lernen. Ich glaube, ich möchte meine Zeit irgendwo hinein investieren. Hol dir einen Buddy und sprich mit dem, wie das gehen kann. Vierte, Zehen, ein urbiblisches Thema. Investiere dich mit dem zehnten Teil in deine Kirche, in deine Gemeinde. Wenn du jetzt hier bist, weißt du, wo das ist? Das ist hier, 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 hier. Investiere dich mit deinem zehnten Teil von der Kohle, Flocki, Flocki und mit Zeit noch wichtiger. Investiere dich und sag, ja, ich bin da. Ich möchte anderen Menschen helfen. Ich möchte Menschen helfen, zum Beispiel diesen Schritt zu gehen, aus der Frohenarbeit raus, in die Werbsarbeit, von der Erwerbsarbeit raus, in die Berufung hinein. Und schlussendlich, sei dankbar. Vielleicht denkst du dir, boah, wenn ich nur in Dubai wäre, dann müsste ich keine Steuern zahlen oder wenn ich in Amerika wäre, dann wäre alles anders und quack, quack, quack und hier, alles kostet zu viel, überall von meinem Gehalt, dass ich so kriege, bleibt nichts übrig. Was soll ich tun? Sei froh und dankbar. Schau mal, wir leben in einem Sozialstaat. Wir leben in Solidarität. Wenn du einen Motorradunfall hast und deine beiden Beine weg sind, dann wirst du nicht auf der Straße sein, sondern es wird für dich gesorgt. Wenn es dir schlecht geht, sind nicht nur Leute da, die ehrenamtlich für dich sorgen, es ist auch ein Staat da, der dir medizinische Hilfe gibt, der dir Dinge bezahlt und das kostet er. Ich zahle wirklich viel Steuern. Manchmal bin ich verzweifelt. Ich hasse den 15. jeden Monat. Am 15. kommt immer die große Steuerrechnung. Da wirst du ja schwindelig, wenn du die singst und du denkst, Alter, für was arbeite ich denn? Für was tue ich mir denn an, wenn ich eh alles wieder in Steuern reinzahle? Ja, weißt du wofür? Damit, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, wenn mir was passiert, damit mir geholfen wird. Weißt du wofür? Damit mein Moritz studieren kann eines Tages und in die Schule gehen kann. Weißt du wofür? Dass ich Straßen habe, wo ich jetzt nachher nach Werfen wegfahren kann. Ist das nicht wunderbar? Dafür. Und deswegen sind wir dankbar mit dem, was wir haben. raus aus der Frohnarbeit, rein in die Werbsarbeit, raus aus der Werbsarbeit, rein in die Berufung. Wollen wir kurz beten. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, du bist ein Mann, der arbeitet, du bist ein Gott, der arbeitet, der immer am Tun ist. Vater im Himmel, lass uns einen neuen Blick kriegen auf Arbeit, auf tätig sein, was auch immer Arbeit ist und wie auch immer Arbeit in unserem Leben ausschaut. Vater im Himmel, lass uns die richtige Balance finden zwischen unserer eigenen Rekreation, zwischen unserer Erholungszeit, zwischen unserer Family-Zeit, zwischen unserer Muse-Zeit und unserer Tun-Zeit. Das bitte ich für mich und für alle, die da sind. In Jesu Namen. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Das bitte ich für mich.